Sie sind im Kompressor in unserer beliebten Rubrik Gestalten, Architektur und Design. Und das heutige Objekt unserer Betrachtung ist die Trennwand. Es scheint paradox. Bei der Wohnungssuche wollen wir alle möglichst viel Platz. Und trotzdem zerhacken wir die gewonnenen Freiräume gerade wieder in funktionale Bereiche mit Raumteilern. Die sorgen in einer sich vor Stillstand fürchtenden Welt für ein neues Raumgefühl und erleben in drei modernen Ausformungen gerade ihr Comeback. Trennwände, die einfach nur gut aussehen. Auf innere Werte kommt es hier mal nicht an. Mit Plisestoff bespannte Ovale, die durch Scharniere verbunden sind. Den Paravondante Minima Moralia hat Designer Christopher de la Fontaine in der tiefsten niederbayerischen Provinz entworfen. Für die ferne, urbane Welt. Es ging bei dieser Kollektion eben auch ein bisschen drum, dass man sozusagen mit so einem Paravond ja auch wieder Räume innerhalb von Räumen kreieren kann. Es geht auch um Privacy, wieder einen Rückzugsort zu haben, wo man sich wieder auf sich selber irgendwie beziehen kann. Als modernen Dreh zitiert de la Fontaine die laute Stadt mit ihren Fabriken, vor der man sich eigentlich mit einem Bandschirm schützen möchte. In Form und Material, Halbzeuge wie pulverbeschichtete Aluminiumprofile und bereits gefaltete Stoffe kommen zum Einsatz. Hier war uns dann irgendwie ganz charmant dieser Gedanke, dass wir sozusagen ein vorgefertigtes Industriematerial, nämlich den Plissé, den man auch in den Jalousien hat, so dann zu benutzen, dass er dann trotzdem wieder so eine Ambivalenz ergibt und sozusagen sich nicht klar positioniert. Der Stoff sieht zwar wie aufwendig von Hand gefertigt aus, ist aber ein schnödes Massenprodukt. Die sogenannte spanische Wand wurde vor 2000 Jahren erfunden, in China. Allerdings werden die antiken Bauweisen modernen Nutzern kaum gerecht. Beim öffentlichen Klogang reichte Adeligen im 16. Jahrhundert ein einfacher Sichtschutz. Heutzutage aber müssen Wandschirme multifunktionale Objekte sein. Gärtnern ist das neue Kochen. Und so wird der immer beliebter werdende Kleingarten ins Haus geholt, in Form von bepflanzten Paravents. Ikea bietet ein rohes Metallgitter auf Rädern, an das sich kleine Fläschchen mit angesagten Sukkulenten hängen lassen. Die versprühen Botanik-Lehrbuchflair und garantieren selbst den untalentiertesten Gärtnern Anerkennung. Für sogenannte Moosbilder hingegen werden verschiedene Pflanzenarten auf Trennwänden drapiert, allerdings tot. Heiko Steenblock von hydrokultur-design.de Also wir haben Trennwände, die aus Alurahmen hergestellt wurden und da sind Rückwände eingebaut, die sind da mit konserviertem Moos bestückt und wir haben dadurch eine beruhigende Raumakustik. Also man kann sich das vorstellen wie ein Gemälde, was jedes Mal wirklich anders aussieht. Trennwände, die für angenehme Beleuchtung sorgen. Klotzige Paravents verwandeln abgetrennte Bereiche gern in kellerartige Dunkelkammern. Nicht so der Raumteiler Fasset mit seinem lichtdurchlässigen geometrischen Muster. Bas van Leeuwen hat Fasset für sein niederländisches Portal blooming.com entworfen. Wir probierten alte arabische Muster und gelangten so zur Bienenwabe. Das sechseckige Muster bildet jetzt das Gerüst. In jeder Wabe hängen drei Facetten. Wenn ich sie im 90-Grad-Winkel drehe, wird die Trennwand lichtdurchlässig. Broken Living statt Open Living. Nach dem Offenen kommt jetzt wohl das parzellierte Wohnen. In unserer auf Designobjekte fixierten Erlebniswelt übernehmen durchstylte Paravents diese Aufgabe als neue It Pieces. Die sind nicht ganz billig, aber immer noch günstiger als Umbau oder Umzug. Matthias Finger und die Trennwand haben Sie gehört in unserer Kompressor-Rubrik Gestalten.